die zweite folge um marcus ich verhau dich gleich nicht so schnell zu hast und es geht es weiter mit dem lava ding nachdem wir die schweine aber getötet haben ja war halt junge wer labert marcus labert ja da war jung und so jetzt erst mal hier das eck irgendwie hinbekommen das ist einigermaßen aus aussieht auf der seite mache ich so dass in marcel wand hier haben ja das wird man vorher machen sollen das kann man von der anderen jahre hat angefangen das kann man von der anderen seite noch machen das geht schon da fließt dann halt immer lava rein ja muss halt schneller sagen weil das geht schon was geht es alles so nur 10k plaster steuern ist voll wenig ich bin nur 10k ist nicht gerade viel es ist mangelware ja könnte man mehr haben das muss ich aber erst mal die laber hier mit machen kann ich nicht einsam doch zumindest ist zehn fahrrad eigentlich ja ich brauche das zehnfache noch für meinen tempel ja stimmt eigentlich der ist so gigantisch da verfasst so viel stein ist brutal wenn du auch stein machst das klar wenn du ihn aus gold machen würdest würde viel gold zu fressen die idee wäre mal was aus gold dem tempel zu bauen ich glaube das dach mache ich aus gold wie viel gold haben wir denn system zu wenig auf jeden fall für wenn ich sie schneide die blöcke ja dann geht dann ja das wäre doch mal was ein gold dach also er auf dem tempel könnte er kann von dieser salte anfangen das klaus ist aussieht das sieht immer gut aus ich mache das ja auch so wie es aussehen wenn es so wird die laber sehe da halt die schnauze hätte was bezweifle ich dass das gut aussieht bezweifle dass du gut aussiehst was tue ich was dran zweifeln was vergiss es was bezweifeln dass du gut aussiehst das bezweifle ich auch bezweifle das nicht er ist sein er hat sein wieder internet lag ding ich hab voll lustig weil es will ich kann voll kann ich machen eben wenn er versuchte mich zu wissen kriegt sich immer ein bimbo internet hat so habe ich verstanden wer denn wer denn er kann nicht reden er redet die ganze zeit und rage ohne ende und kriegt sich hin auch mal lasst das ding offen so ihr müsst die brücke noch mal überarbeiten gefällt mir nicht du hast du nicht krass bist du krank hast du fieber aber hast du brot mal kurz wann hast du geburtstag warum hast du nicht ein besseres internet gewünscht aber ich wünsche mich die ganze zeit alter ich verbrenne noch hier die brücke nicht gefällt ja die alter wäre es wieder gut so war das sieht doch mal geil aus das hat doch was jungen ich kriege ich tot keine rüste mann nee aber party er selber schulden ab so jetzt wenn ich so eine bimbo rüstung hat da habe ich noch gerade noch ausgewichen das gute dauernd ist so oder ja so kann es lassen hast du das gerade noch ausgewichen das gut von dauernd ist ja ich habe so geschlagen und dann so ganz knapp vorbei und dann wirst du gestorben jetzt gelitten haben wir erst zugestorben haben wir gerade festgestellt dass ihr feststellt so was ist es doch ein das ist es für den Namen wir haben uns zu nehmen ja ich bin es aber für die Säden dann wird ab ab pro er er hat in oder zwei ich bin ich glaube ich mache ich mache und wo du bist du als erledigt ist der da kommt gras hin schönheit gesunde das von alleine da wurde du du können das ding um schlava setzen hat jemand noch sandblöcke ich wollte noch sagen system also haben wir aus dem wlan das ist auch weg man wähler am mittag ist nicht der spack auf die markus geben wir meinen wlan im mittag ach wirklich der schon ewig wlan dinger gewährlich bist du vor dir im weg alter war kein scheiß ich kann nicht das legt gar nicht da liegt ich habe ich schon weggeschmissen ja ich sehe schon seit fünf minuten also nur terminal in der kursing wird ja es sind wir haben nur 5000 sandblöcke sind nicht gar so viel das macht man kacken ich weiß auch nicht was wenn man ich habe man ja macht den kratzer drüben weil er macht kam ja aber der team nur ein breit gemacht das wenn du weißt schon dass ein bisschen größer haben brauchen und dass die spiel das ist wieder kompetenz das wurde heute denn da wollen wir wollen wenn ich das habe ich darf schießen damals haben wir mal zurück eingesammelt nein hat er nicht gott sei dank ich kenne es mag das andere schießen nein kannst du nicht der leckte der war ist doch der schuss kommt dann halt zwei minuten später an aber irgendwann werde sterben die ich habe zum mordstück er hat er ist wenn er ist kabel im weg ne? Ne, da ist kein Kabel im Weg. Da ist Kabel im Weg. Ich hör mal, da ist kein Kabel im Weg. Ja, Glaswasser kann man halt das aus, oder wie? Stimmt, das kann ich mal ausprobieren, hält Glasfaser Lava aus? Ja, das ist ja ein Block für sich. Und was macht mit dem Wasser hier? Duschen? Duschen damit. Stimmt, wir könnten es zum Duschen verwenden. Ich mach mal Kabelstern draus. Ne, mach mal nicht. Weil das ist nämlich meine Aufgabe, du musst Lava setzen. Ja, aber ich mach Ding, ich setz einfach Lava Blöcke drüber. Da ist schön, dass da Kabel ist, ne? Ja, und da passiert auch nix, guck, ich kann sogar drüber setzen. Ich weiß nicht. Mal gucken, ob meine Kabelstand halten. Warum sind die Laser und ich Dinger in der Nacht ansagen? Das ist voll geschissen. Ich soll sie in der Nacht ansagen. Sack. Normalerweise sind die ganze Zeit an, aber ich krieg jetzt keine Stromschläge. Warum? Ja, weil immer nur Tag an ist. Normalerweise ist es ein Speicher. Das ist voll behindert, aber. Ist nie nachts an. Obwohl es nachts eigentlich an sein sollte. Nein, das ist nachts immer aus. Das ist nachts im Haus, ja. 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 Sven, äh, wie wärs mal, wenn du mal das Ding hier weiterbaust? Sehr genäht. Sehr genäht. Tiefer vor allem, dass ich weitermachen kann. Hast du n Kiefer, was? Tiefer, ja, Kiefer, ja. Ja, Kiefer, ja. Ein Kiefer. Ja, Kiefer, Alter. Ups. Sieht halt voll scheiße aus, was du hier gemacht hast, ne? Ist zu mir egal. Das machst du schon noch symmetrisch, ne? Das ist symmetrisch. Nein, guck mal an, Alter. Das ist nicht symmetrisch. Das ist nicht symmetrisch. Das ist nicht symmetrisch. Das ist sogar mit meiner Mom sogar. Was ist da nicht symmetrisch? Nur weil es da ein bisschen weiter rein ragt, ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Markus. Noch ein gescheites Internet, dann reden wir weiter. Ist nicht egal. Wenn ich sofort ein Töte, oder ich lege, ich lege, ich lege. Ja, weil ich mal aus. Das ist eine andere Sache. Das ist nichts anderes. Das ist doch was anderes, ne? Das ist doch was anderes, ne? Das ist doch was anderes, ne? Anders hast du, kannst du noch fliehen. Fall nicht rein! Warum ist hier vorne jetzt eigentlich Lava? Das war Test Lava. Test Lava, die jetzt gerade den Bau sowas von behindert, Alter. Du hast die Panzerrüstung, was willst denn du? Spanzerlust. 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 Ganz knapp vor rein. Markus, das musst du mit nem Bumerang machen, nem Holzbummerang. Kannst ihn aus Distanz einfach reinschubsen, oder so mit Pfeil und Bogen oder so. Ja, ich hab noch 64 Pfeile. Jetzt kommt Headshot. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Guck mal, hier meint die scheiß Lava hier weg, die steht auf meinen Kabeln. Mein du, ey. Warum machst du das nicht Lera? Aber irgendwann hat Lava auf meine Kabel gesetzt. Ja, das war Futur. Was hab ich missbekommen? Ich wundere mich nur, warum da Lava auf meinen Kabeln ist. Was du dich alles wunderst. Nein, ich was jetzt nicht. Es ist hart jetzt, ne? Was ist hart? Dein Leben. Dein Leben. Ne, dein Leben. Ich hätt dein Leben überhundert. Äh, jetzt spenden ich jetzt. Schon wieder? Oho. Ich hatte gerade noch so viel gehört. Ja, ich glaub schon. Nein, ich töte sie noch nicht. Hä? Hä? Hä war jetzt gut. Hä? Warum hast du jetzt echt Lava-WKBs jetzt? Alter, das ist nicht so. Ja, Alter. Wollte, bisschen Lava. Lass schon die Lava bitte hier weg. Alter, Enderman gerade eh ja. Ja, wegen dem Wasser. Dauerbrot, ey. Ja, der ist auf Drogen. Für gleich Toten. Enderman on drugs. Nein, ich hab noch mal Lava einmal. Ich steuze jetzt. Ich bin Bogen geskillt, Alter. Kann nicht so was man hart wegwixen. Wichsen. Uh, er wichst dich. Ja, da ist er gut. Er hat einen steifen rechten Arm, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Oh. Er ist noch ausgewichen, du. Er hat geskillte. Knapp vorbei. Oh, das Zombie. Futur. Natürlich der Zombie. Ich bin gerade bei, ey. Zwick hatte ich mein Name selber gerade ausgemacht. Ja. Das ist der erste Tod gewesen. Ah, scheiße. Passst du jetzt auf? Der Skill ist zum Ausweichen, du. Der Skill ist. Ich bin gerade von dir. Oh, Zombie. Ja. Äh, Futur, du weißt schon, dass das andere noch eins breiter ist. Was ist eins breiter? Halt die Schnauze. Die Lava ist sehlich, Basti. Viel Spaß, alles nochmal zu machen. Boah, fuck you. Das sagst du jetzt. Weil ich hab's auch nicht gesehen, wenn... Sven was Nummer 2 für ein Bullshit. Naja, irgendjemand hat Lava über meine Kabel geschüttet. Das war gut. Ich schreib kein Lava an. Dann nahm ich auf, gehört zu arbeiten. Was ist das denn? Das ist ja ein Scheiß. Das hab ich so schön symmetrisch gehabt. Nein, du hast gar nicht symmetrisch gehabt. Das ist genau unsubundig. So, vielmal. Einfach Lava an den Kabeln. Das ist schon wieder ein typisch Futter, dass da auf ein paar Lava an den Kabeln hängt. Ach, du sch... Och, Mann, ich hab ja keinen Bock dazu, jetzt alles davon wegzumachen. Du hast jetzt weggekommen, Alter. Weil wir nicht mehr merken, dass die Dinger unterschiedlich bereit sind, musst du nicht behindern. Ist echt fein. Och, halt doch die Schnuze hierbein. Ja, Futter macht halt nicht mal eins, Bräuter. Nein! Gut, damit penn ich auch mal die Folge, ne? Er sindr lerner Lama gestorben? Ja? Das ist bei Nische. Ja! Also.. 下次 mal! Tschüss tschüss! Tschüss.